servus und hallo zu wir sind ein fisch wie in der letzten folge gesagt habe wie gesagt hier goldfisch drei dingens drei level ich denke dass jeder fische jetzt drei level hat aber ich würd zerstört das level mit dem fliege fisch da gern spielen weil wenn ich deshalb dann glaube ich habe alles was er im angespielt video gezeigt hat und dann ist auch für mich das spiel neu und warum machen wir das jetzt einfach und fortsetzen warum da immer fortsetzen und mit start steht ich weiß es nicht aber ich mache dir nichts kommt wieder erst wieder mega cool intro oder so könnte mir vorstellen weil neuer fisch ja und da sind wir das kann ja fliegen aber mit funktion macht er nichts weil das müssen wir da erstmal vorsichtig einmal am rand entlang denke ich ja das war schon das level dass sie da auch gesehen habe ja und hier ja da bleiben da bleiben war das gut ja da muss ich hin fliegen müssen wir mal schauen runter hoch okay dann segel fliegen ist er ihr strange hier es war jetzt nichts und muss alles noch mal machen scheiße das ist blöd ich hätte ein checkpoint gerne gehabt oben im aquarium wo man das erste mal fliegen muss und da bleiben Fliegen ist echt interessant mit dem Teil. Okay. Ich muss vor, hoch, fliegen. Vor, hoch, fliegen, fliegen, flieg, flieg, flieg. Okay. Immerhin im Wasser gelandet. Und ein Checkpoint. Ein Traum. So. Okay. Stopp. Nicht sterben. Es ist wirklich spannend, hier zu fliegen. Also, schwierig. Nein. So. Da ist noch mal gut gegangen. Wo wollen wir hin? Da ist ein Brot. Das holen wir uns. Runter. Hoch. Nicht so gut. Ins Wasser. Ins Wasser mit dir. Komm, du schaffst es. Huf. Das war jetzt mega knapp. Okay, das Brot. Wurscht. Wo muss ich eigentlich hin? Wahrscheinlich bin ich komplett am anderen Ende. Wohin muss. Da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Das war jetzt nicht so gut. So. Okay. Hier. Hier. Maybe. Vielleicht. Echt jetzt. Ist das der Ernst? Komm, da ist doch Wasser. Schwimm doch da hin. Kannst doch schwimmen. Ist einfach nur Wasser. Ich glaube, ich muss da hinter. Ich möchte mal behaupten. Okay. Hoch. Ja, da hinter. Da muss ich schon hinter. Aber. Okay. Schwimmen. Hoch. Nein. Es ist. Ich glaube, das spielen wir hier. Dem Fisch. Machen wir halt das Level nur, dass wir alles haben. Ah. Dann mache ich einen Kugelfisch erstmal fertig. Ist wahrscheinlich nicht der beste Plan, da immer Fische zu wechseln. Wo man sich nicht dran gewohnen kann. So. Zack. Geklappt. Komm. Du schaffst das. Fischi. Du bist im Wasser. Sehr gut. Das war knapp. Wir brauchen einen Checkpoint. Gebe davon aus, dass wir da jetzt runterfliegen müssen. Bitte, bitte schaffen wir das, weil ich habe ewig lang kein Checkpoint mehr gehabt. Nein, 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 nein. Ach. Kommt da. So knapp. So knapp. Und tot. Fuck. Ich kann einmal überspringen. Nein. Wahrscheinlich war ich sehr nah am anderen Checkpoint und drum einmal versuche ich es nur. Das war nicht der beste Plan. Komm, da vorne ist Wasser. Jetzt Kugel in das Wasser rein. Nein. Ich möchte halt immer Gas geben mit der Nach-Oben-Taste, ne? Okay. Das ist gut. Das war gut. Ich wollte Gas geben. Roll. Dahin. Fisch. Knapper, glaube ich, geht es nicht. So. Schon ein bisschen nach unten. Dahinten war irgendwo... Egal. Schauen wir mal. Das so... Ja, so habe ich keinen Schwung. So kann das nicht klappen. Ja, schon ein bisschen nach unten. Okay, das war nicht schlecht. Okay, das war nicht schlecht. So, Anlauf. Nach oben liegen. Okay. Das war gut. Ich muss hier da lang. Aber keine Ahnung, wie lang muss, ne? Nein, da ist kein Wasser dahinter. Hier lang? Mal schauen. Hier nix. Hier nix. Und zweifel da lang. Es sieht aber jetzt auch nicht so nach Wasser dahinter aus. Das sind so Tümpel. Meinen die das jetzt ernst? Das ist ja... Ne? Zurück ins Wasser. Äh, da lang. Da lang. Nach oben. Okay. So, zurück. Da lang. Nach oben. Zu wenig Schwung. Ein bisschen nach unten. Ein bisschen nach unten. Nach oben. Da. Nicht so. Läuft gerade nicht so. Das ist Brot. Komm. Ha. Okay. Ja. Checkpoint. Sehr gut. Checkpoint erreicht. Und... Wo soll es da hingehen? Da hinten ist Wasser. Die wollen jetzt, dass hier Kurve liegt. Okay. Wir kommen hin. Wir kommen ich hin. So. Nach oben. Na, so nicht. Nach unten. Nach vorne. Nach oben. Fliegen. Gut. Nach vorne. Nach oben. Fliegen. Flieg. Flieg. Ich sehe nicht, wo du bist. Aber das schaut nicht nach Wasser aus. Knapp. Huch. Knapp. Wartet. Also der Fliegefisch ist echt blöd zum Steuern. Wo ich jetzt übrigens bin, das hat er glaube ich im Stream nicht gemacht. Reset. Muss ich da einfach... Kann es sein, dass ich da einfach über das Teil da wieder drüberfliegen muss? So wäre es ja beim letzten gewesen. Nach oben. Eher nicht. Das mag ich nicht, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das mag ich absolut nicht. Nach vorne. Nach oben. Der Flügel einklappt. Wird nichts. Nach vorne. Nach oben. Bisschen nach unten, wenn es geht. Nach vorne. Nach oben. Okay. War genau so gewollt, wie ich es gemacht habe. Das Level, das macht man jetzt. Und wenn es ewig dauert. Wird es wurscht. Vorne. Nach oben. Nein. Nach unten. Da. Vorne. Nach oben. Abgestürzt. Zurück. Nach vorne. Oben. Fliegen. Das ist halt echt... Wie gibst du es? Nerv. Okay. Abgestürzt. Wie... Also linken... Linken tut er quasi überhaupt nicht. Das schaffe ich nicht mehr. Einen kleinen Neustart. Nach vorne. Nach oben. Nach oben. Nein. Zurück. Nach oben. Oben. Nein. Was ist mir jetzt los? Jetzt ist es wirklich der Weg, wo er... Jetzt schaffe ich gar nichts mehr. Was ist passiert, wenn der einfach ist? Moment. Das war die falsche Taste. Warte. Nach vorne. Nach oben. Fliegen. Nein. Jetzt nervt es gerade hart. Also das ist... Nach vorne. Nach oben. Was... Whatever du gerade machst, Fisch. Vorne. Oben. Fliege. Das hat doch vorher wunderbar funktioniert. Jetzt übe ich jetzt hier einfach mal. Nach vorne. Nach oben. Fliegen. So. Nach vorne. Nach oben. Fliegen. Wie... Wie steuere ich in der Luft? Das habe ich nur nicht so ganz rausgefunden. Oben. Ach. Mit dem... Rechten Stick. Okay. Anscheinend. Glaub mir. Vorne. Oben. Fliegen. Nö. Rechts ist Kamera. Zurück. Vorne. Fliegen. Okay. Ich mache es wieder mal. Nächster Checkpoint. Ja. Ich mache es wieder mal. Mir wurscht, ob sie das auswirkt. Okay. Nach unten. Vorne. Oben. Fliegen. Ach du Scheiße. Du ahnst das nicht. Da brauche ich erstmal richtig Anlauf. Ich versuche jetzt einfach mal mit Tastatur. Nach vorne. Nach oben. Fliegen. Hm. Okay. Vorne. Oben. Fliegen. Okay. Vorne. Oben. Fliegen. Ah. Okay. Okay. Das klappt jetzt besser. Vorne. Oben. Fliegen. Okay. Dadurch steht der irgendwie in der Luft? Ja, tut er. Okay, nochmal. Das Tattoo funktioniert jetzt gerade echt besser. Ich weiß, ich könnte nur ein Checkpoint skippen und so, aber... Ja, hier ist Fliegen, wieder mal auf, bei Kurven und so, kannst du aber jetzt nicht, ne? Bonk. Oben fliegen. Mügel einklappen. Keine Ahnung, wie ich hier hinkommen soll, ohne dass er in der Luft verreckt. Ich weiß es nicht. Nochmal. Vorne. Oben fliegen. So. Nicht getroffen. Okay. Vorne, oben fliegen. Ah, hier. Na Gott, hier ist der Bach. Alles klar. Funktioniert grundsätzlich ein bisschen besser. Jetzt wohnen wir da gleich. Okay, das machen wir aber jetzt. Nochmal natürlich. Vorne, oben, oben. Flügel einklappen. Nein. Komm, das schaffst du noch. Gerade noch. Vorne, oben. Das war nicht so gut. Die Steuerung ist halt. Passt schon. So. War nicht oben. Geplant der Absturz. Komm, komm, komm. Du schaffst es. Wunderbar. Nochmal. Liebe Leute, die Folge dauert sehr lange. Ihr könnt skippen, aber ihr versäumt High-Quality Entertainment. So. Okay. Es ist halt mit Gamepad wirklich scheiße zum Steuern. Die Fliegerei. Zumindest sei es noch nicht rausgefunden. Geplanter Absturz. Jetzt. Viel zu spät. Wieder verflogen. Ein Rumflug macht. Ja, perfekt. Genau so wollte ich das. Batsch. So. Da wollt ihr zu viel. Nee, macht das jetzt bis Ewigkeiten. Ja. Perfekt eigentlich, ne? So. Ah. Keine Ahnung, wo mehr wohin muss. Eigentlich komplett verflogen gerade. Ja, stimmt. Stimmt. Bügel hätte ausklappen sollen. Wäre gut gewesen. Jetzt klappen die einfachsten Dinge nicht mehr. Immer Zeichen, dass ich eigentlich aufhören sollte. Da fällt ja wieder zurückschwimmen. Machen wir Reset. Gibt zwar Punkteabzug und so, ist mir aber vollkommen egal. Wenn ihr das Spiel gut sehen wollt, seid ihr hier falsch. Ich sollte mal aufhören, die Leute dazu aufzufordern, woanders hinzugehen. Ja, komm. Also bitte. Das schaffen wir doch. Ja, da bist du reingekullert, dann musst du dahinter, glaube ich. War überhaupt nicht richtig. Macht aber nichts. Das schaffen wir. Ja. Hier hoch. Ich bin nicht gesprungen. So. Hoch. Bügel raus. Ziel verfehlt. Würde ich sagen. Vorwärts. Hoch. Nein, 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 nein. Okay. Bisschen schneller. Es klappt einmal frei. Und. Hier haben wir. Es ist schon hier. Es ist schon. Komm. Schaff das jetzt. Jawoll. Checkpoint. Und da vorne muss ich schon hin. Das machen wir jetzt auch noch. Geht's da runter? Nein. Da kann man doch bestimmt einfach hier einen auf Sturzflieger machen. Nein, weil ich keine Geschwindigkeit habe. Warum? Warum bist du da? Besser brummend. Okay. Nochmal. Ja, so nett. Hoch. Nein. Hoch. Nein. Hoch. Okay, dann machen wir jetzt mal so, wie es gedacht ist. Wenn wir hier in den Brunnen landen. Gibt's da irgendeinen Trick gibt's da? Muss, muss geben. Ja, der Winkel war gut. Okay. Die Frage, wo ihr jetzt hin? Wenn, wenn ihr, ich mag nicht gleich wieder sterben jetzt. Da hinten in die Wasserpfütze. Niemals. Niemals. So. Es müsste doch gehen. Es müsste doch gehen. Man muss doch da durchkommen. Okay, nächster Checkpoint. Wurscht. Halbe Stunde Folge. Es sieht sich eh keiner an. Nächster Checkpoint. Und da hinten war die Scheune. Das habe ich geskippt jetzt. Das ist der Wahnsinn. Es ist tatsächlich der Wahnsinn. Wo muss ich hier hin? Ich muss jetzt über die Brücke klicken. Kann das sein? Ja, kann, kann tatsächlich sein. Ja. Und hoch, hoch, hoch. Okay. Okay. Es scheint gut gewesen zu sein. Vielleicht. Oder auch nicht. Geht's denn hier weiter? Ist das ein Level? Und das ist das erste Fischlevel. Also, das erste Fliegefischlevel. Er kann unmöglich über die Brücke fliegen, oder? Kann ich durch die Gitter fliegen? Weiß es nicht. Probieren wir aus. Vermisst. Vermisst. Offensichtlich muss ich hier... Brücke anvisieren. Gib halt... Gib halt Gas. Fisch. Was ist mit dir los? Irgendwie muss ich über die Brücke kommen. Ich habe halt keinen Plan weh. Ich komme ja nicht mehr auf die Höhe, dass ich da... Okay, so haben wir Geschwindigkeit. Dann tauchen wir kurz ab. Tauch hier auf. Ich kann nicht durchfliegen. Natürlich nicht. Es ist mir jetzt einfach egal. Wie bin ich da jetzt hergekommen? Und wo muss ich hin? Einfach wow. Das Level ist ja schon mit dem Fliegefisch. Quatsch. Okay. Es ist nur immer das erste Fliegefischlevel, ne? Das fucking erste Level. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich hier richtig bin, wo ich hier hin muss. Es sieht halt tatsächlich aus wie das vorher, ne? Leute. Moment. Ich muss hier vielleicht einfach da rüber. Das wäre... Ich wollte schon sagen, Leute, das war es jetzt. Es scheint aber auch nicht richtig. Egal. Macht jetzt erstmal nichts. Das war nicht so gut. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich sag euch, wie es ist. Ist da Wasser in der Decke da drüben? Habe ich das gerade richtig gesehen. Aber jetzt hoch. Es ist tatsächlich Wasser da drüben, ne? Aber niemals schaffe ich das. Und wie soll ich denn bitte da rüberkommen? Das ist tatsächlich der nächste Checkpoint, ne? Es ist der Wahnsinn. Und wo bin ich gekommen? Von da hinten bin ich gekommen. Dann muss ich da hin. Es ist... Es ist der Wahnsinn. Bonk. Tische Äpfel umfisch. Muss man hier tatsächlich Speedrun-Videos ansehen, nur um rauszufinden, wo ich überhaupt hin muss. Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Ja, das macht keinen Sinn. Ihr habt schon so viele Checkpoints getan und gedingst. Und ähm... Originalaufnahmezeit ist jetzt 40 Minuten. Level beenden. Ja. Fliegerfisch. Gehe wir jetzt erst mal auf. Sorry für die ewig lange Folge. Das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich hat es ein bisschen geschnitten. Oder ihr habt es euch in Uncut rausgekaut. Ich weiß es nicht. Vielleicht blendet ihr Warnungen am Anfang ein. Seht euch diese Folge nicht an. Vielen Dank fürs Tagewesen sein. Servus.